die längsten drei stunden sprich mit allen um herauszufinden ich mal herauszufinden was man gegen die finsteren saiyajin unternehmen kann ich muss ja mit denen sprechen jetzt taucht er nicht auf hey meint ihr wir können abhauen wir könnten abhauen was willst du damit sagen was willst du damit sagen wenn es geschieht können wir uns den drömons fachschieden ich habe einen mitleidig nötig konzentrier dich aufs gewinn Ok Ja Das ist der Piccolo Fast 3 Stunden sind vergangen Aber immer noch kein Zeichen von Son Goku Spring Super Tempo Hauptkarte nach Ki suchen Ey wo bin ich denn Ich sehe gar nichts Was kann ich machen Das sind Level 30 31 Ja einfach richtig voll Ja das ist Hauptstory Ich will erstmal grillen Du bist so wichtig Ich brauche deine Hilfe Soll ich mit dir mal sprechen Aber ich spreche vorher Bevor ich da einen auf die Mütze kriege So Na was wirst du kleiner Was wirst du kleiner Was wirst du kleiner Ich will dir die Kopf anschlagen Was los Das kann ich mir auf der Fall zu warten Kakarotto Dann kommen noch Zeit Die Gegend Er konnte weiter auf Son Goku warten Was soll das heißen Wie kann ich denn die Karte groß machen Nee das ist ein 29er Richtig viel Ki Nee ich muss raus Ich muss da jetzt was unternehmen Sonst werde ich verrückt So Noch eine Zeit ist noch nicht Wollen wir das Natürlich Natürlich wollen wir das Die Zeit ist so Müdaだったようだ Ich habe eine Kakarotto Ich habe eine Kakarotto Ich habe eine Kakarotto Ich habe eine Kakarotto Endlich Die Idioten kommen Mit einer ordentlichen Abreibung Was ist das Ich habe eine Energie Die ist unglaublich Sie kommt hierher H-Horlich Du hast recht Du hast recht Gewaltig Komm mir hin Wie bekannt vor Ich habe eine andere Er ist nur ein Son Goku Kakarotto Wo? Vegeta Sie sind die Die sind wirklich Ich weiß nicht Kakarotto Er will noch früh genug Rauschen Ob das wirklich Gehreit Er wird 5.000 Die sind B-Bakar Das ist Soit ist dein Scouter kaputt. Soit ist dein Schouter kaputt. Soit ist dein Schouter kaputt. Soit ist dein Schouter kaputt. Ich werde mich nicht verletzen! Wenn ich dich, dann bin ich, dann bin ich, und ich werde mich auch nicht verletzen! Ich werde mich nicht verletzen! Ich werde mich nicht verletzen! Was ist das? Oh, ich... Ich werde dich nicht verletzen, du bist! Du machst mich heiß! Du machst mich heiß, Nappa! Oh! 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 Ah! Oh, 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 Wow! Oh, Wow! 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 Is das so? Schleck, Schleck, Schleck. Ich bin nicht so schnell, was ich? Ich bin nicht so schnell. Ey, ich krieg das nicht geregelt, aber er hat richtig Power, ey. Ich hab noch nichts, ne. Wie kriegt die Key aufgelassen? Oh, ich hab noch nicht getrun. Oh, ich hab noch nicht verraten. Was ist denn das? Oh! Was? Was? Oh, ich bin der von mir. Hey, ich bin der von mir. Keine Ahnung! Die Haken! Die Haken! Was ist das? Oh, ich bin der von mir. Der von mir. Oh, ich bin der von mir. Wir machen uns noch fertig. Warte, warte! Kann ich doch was essen? Ich bin echt tot. Ich bin echt tot. Ich bin echt tot. Miss! Ich muss mich besser verteidigen. Ich bin echt tot. Ich bin echt tot. Was? Was? Ich bin echt tot, du hast dich! Ich bin echt tot. Sie sind tot. Ich bin so schwer, dass ich diesen Schmacken habe. Ich werde diesen Schmacken haben. So, steckst du mal! Oh, Alter! Das macht dich richtig scheiße. Hallo! Genom? Warte da. Vent mal, Vent mal. Warte da. Warte mal, warte mal, warte mal. Komm, komm, komm! Ab, Wad, Wad. Oh nein, wasscht. Oh nein, nein. Ah, fack, ah, abhau, 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 abhau. Oh, I'm up. Okay. Oh, Maseko, Maseko. Oh, Bricke allein schon erreicht, wenn eine Unterstützungsanzeige voll ist. Denn, hey, jetzt erst am Ende. Oh, ich bin's. Ich bin's. Klai, Fission. Ich bin's. Ich bin's. Soll. Oh, scheisse. Pigolo! Pigolo! Was war ein Pigolo? Scheisse. Pigolo, nein! Oh nein, Pigolo, nein! Pigolo, nein! So, geh an gegen Pflanzen, mein S. So, geh an gegen Nappa A. So, geh an gegen Nappa A. So, geh an gegen Nappa S. So. Ein... OOS! Meister Kitty! Okay, das müssen wir natürlich auch noch mit im Video. So. Das wird doch noch kein Ende haben, mir. Tatsächlich vom Meister Kaios-Planet wieder zurückgeschafft. jetzt hier noch die ich so gut ist das nicht nur hinein nehmen ist der popo das müsste popos community anführer halten und freigeschalten diese community skills aktiviert nicht kampfwerden community nach bei steuern ein starker tag entgegen doch die grüfte ich halte nach dazwischen und stirbt das stattdessen als alle hoffnungen verloren scheint sein denn die jungen das war ein wunderbarer anblick auf geht's die jungen gegen vegeta gegen vegeta die kekiga hat heute in der not und die anderen stecken in schwierigkeiten ausweilig und hilf ihnen Und die anderen Stengen Ah, okay, das ist gleich Stengenschwierigkeiten Beeil dich und helf ihnen So Vielen, vielen Dank nochmal Ich hatte mich ja schon Abmoderiert Aber hier noch einmal Bis zum nächsten Teil, euer LeKing Ciao, ciao